Hallo, ich wollte mal kurz sagen, wie es im Koalitionsausschuss war. Wir haben siebeneinhalb Stunden bis heute Morgen um halb drei debattiert. Ihr könnt euch vorstellen, das war nicht einfach, es war zäh, aber wir haben eine Menge durchgekriegt. Wir haben auf der einen Seite erstmal hingekriegt, dass Deutschland mitmacht bei der Koalition der Willigen und dass 1000 bis 1500 kranke, unbegleitete Kinder auf den griechischen Inseln, die unter unwürdigen Bedingungen da leben, eine neue Heimat bekommen können. Wir sind dabei, Horst Seehofer muss in dieser Woche klarstellen, wie es genau geht, aber die Grundaussage ist gegen CDU und CSU nicht einfach durchzusetzen gewesen. Der zweite Punkt ist Corona. Wir sind, was das Gesundheitswesen angeht, gut aufgestellt, aber wir müssen darauf achten, dass wir alle mit Hygiene, mit allem, was möglich ist, dafür sorgen, dass sich das Virus nur langsam ausbreiten kann. Das ist schon eine große Hilfe. Wichtig ist, dass die Wirtschaft jetzt nicht einknickt. Das heißt, wir müssen sicherstellen, Arbeitsplätze müssen gesichert bleiben. Hubertus Heil hat jetzt neue Instrumente an der Hand für die Kurzarbeit. Wir können Unternehmen in Schieflage unterstützen. Und das dritte ist, wir haben immer gesagt, wir brauchen ein massives Investitionsprogramm in Schulen, in Straßen, in Krankenhäuser, in Sportstätten. Dafür haben wir die Weichen gestellt. Wir haben gemeinsam festgestellt, dass eine halbe Billion in den nächsten zehn Jahren nötig ist, dass diese Mittel stetig laufen müssen und dass sie vor allen Dingen über die Zeit aufwachsen müssen, damit Planungsbehörden und damit die Wirtschaft kalkulierbare Grundlagen haben. Ich glaube, das war es wert, sich einzusetzen, dass am Ende CDU und CSU es verhindert haben, dass wir den Soli schon ein halbes Jahr früher für 90 Prozent der Bevölkerung abschaffen. Das ist eigentlich ein Unding. Die, die gerade immer sagen, sie wollten die arbeitende Mitte entlasten, haben absolut blockiert. Das solltet ihr auch wissen und das solltet ihr anderen auch sagen. Aber alles in allem hat sich gezeigt, SPD ist schon wichtig und es ist wichtig, dass sie da viel durchsetzt. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Und jetzt hatten wir drei Stunden Schlaf und den Rest müssen wir jetzt anschließend machen. Vielen Dank.